Hi Lukas, du hast dir mal erzählt, dass du dir ein Tonstudio mit einer Gaming-Ecke aufbauen willst, oder? Hey, ja das stimmt, aber das wird noch ewig dauern, bis ich mir das leisten kann. Hab mir leider ein extrem teures Hobby ausgesucht. Kopf hoch, kennst du den YouTuber Hardware Deals? Er macht nämlich eine zweite Ausgabe von Pimp My PC. Da hast du die Chance auf ein 20.000 Euro Gaming-Zimmer. Ah, klar kenn ich den. Ja, dann stepp ich doch gleich ans Mic. Da ich der Generalmusik mache, nutz ich die Chance Und die zählen in dem Track, hier sind ein paar Exelons. Pimp My PC, 2022, Civic. Ich mach einfach mal mit und gebe alles für den Win. Bitte zeig uns mal ein Foto von der schönsten Bewerberin. Hauptsächlich akten wir auf Qualität beim Monitor. Das Wichtigste im Business ist ein guter Prozessor. Ich will mir in Zukunft ein Studio organisieren. Games in 4K zocken und auch Beats produzieren. Ihr seid deren Männer, ich sage danke für die Möglichkeit. Ich bin Civic und feier Mainboards von Gigabyte. Übergrüße geht raus, ich bin dieses Jahr dabei. Und ich geh in den letzten Zeilen auf Hardware Design. Jedes Video ist in einer hohen Qualität. Ich bin kein Experte, doch schau auf RAM-Kapazität. Du hast geile Ideen, die sind gut umgesetzt. Ich steck das LAN-Kabel an und bin auch schon vernetzt. Flying Light 2, ich brauche eine neue Kaffee-Karte. Und wir warten jedes Jahr auf Sommerschlussrabatte. Meine Karriere wie Assassin's Creed in the Odyssey. Ich baue Beats in FL und pack sie auf die SSD. Der Beat schallert und ich bewert mich mit dem Rap. Check mich auf Spotify aus, denn Civic is bad. Ich fliege nicht in den All, aber auch kein All you can eat. Schreibe lieber einen Text und gewinnt him my PC. Mit einem Uploadet ist nun mein Tag, Hardware Deals. Und auf deiner Website finde ich die besten Hardware Deals. Ich fliege nicht in den All, aber auch kein All you can eat. Schreibe lieber einen Text und gewinnt him my PC. Mit einem Uploadet ist nun mein Tag, Hardware Deals. Und auf deiner Website finde ich die besten Hardware Deals.